Sprechen 2 – Ein Thema präsentieren In der Vorbereitung können Sie aus drei Vorschlägen ein Thema für eine Präsentation wählen. Zu diesem Thema gibt es fünf Inhaltspunkte, Folien. Vorstellung des Themas, meine Erfahrungen, Situation im Heimatland, Vor- und Nachteile und meine Meinung. Abschluss und Dank. Sie können zu allen Punkten Notizen machen, sollen aber in der Prüfung frei sprechen. Sie sollen Ihren Zuhörern ein aktuelles Thema präsentieren. Dazu finden Sie hier fünf Folien. Folgen Sie den Anweisungen links und schreiben Sie Ihre Notizen und Ideen rechts daneben. Stellen Sie Ihr Thema vor, erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Folie 1 Ich möchte die richtigen Laufschuhe. Brauchen jugendliche Markenkleidung? Berichten Sie von Ihrer Situation oder von einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Folie 2 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Meine persönlichen Erfahrungen. Berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. Folie 3 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Wie kleiden sich die Menschen in meinem Heimatland? Nennen Sie die Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung. Geben Sie auch Beispiele. Folie 4 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Vor- und Nachteile und meine Meinung. Beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Folie 5 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Abschluss und Dank Lösungsvorschlag Teil 2 Vorstellung der Präsentation Stellen Sie Ihr Thema vor. Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Folie 1 Ich möchte die richtigen Laufschuhe. Brauchen jugendliche Markenkleidung? Ich spreche über das Thema Brauchen jugendliche Markenkleidung. Zuerst erzähle ich von meinen eigenen Erfahrungen, dann berichte ich darüber, wie sich die Menschen in Mexiko leiden. Ich werde meine Meinung zum Thema Markenbekleidung für Jugendliche deutlich machen und am Ende folgt dann noch der Abschluss meiner Präsentation. Persönliche Erfahrungen Berichten Sie von Ihrer Situation oder von einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Folie 2 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Meine persönlichen Erfahrungen Ich habe bisher nicht viel über Kleidung und Mode nachgeschaut. Als ich klein war, wollte ich am liebsten nur weiße oder rosafarbene Kleider tragen. Mein Lieblingspullover war rosa und aus ganz weicher Wolle. Ich hatte auch ein T-Shirt mit dem rosa Panther. Den ich immer zur Schule anziehen wollte. Heute trage ich gern sportliche Kleidung. Das muss aber keine Markenkleidung sein. Im Gegenteil. Meistens kaufe ich Jeans und Pullover, weil mir die Farben gefallen und weil sie nicht so teuer sind. Manchmal gehe ich mit meiner Freundin in elegante Geschäfte und wir sehen uns die Kleidern aus den großen Modehäusern an. Vielleicht kaufe ich später mal so ein Kleid oder ein Kostüm. Aber jetzt interessiert mich das noch nicht. Situation im Heimatland Berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. Folie 3 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Wie kleiden sich die Menschen in meinem Heimatland? In Mexiko tragen die meisten praktische Kleidung, weil sie arbeiten müssen, weil es oft regnet, weil es oft warm ist. Natürlich gibt es in Monterrey elegante Geschäfte und wenn die Leute ins Theater oder in die Oper gehen, tragen viele ein schönes Kleid oder einen dunklen Anzug. Die jungen Leute gehen aber auch mit Jeans und T-Shirt ins Theater. In manchen Berufen muss man formelle Kleidung tragen, zum Beispiel als Bankangestellter oder als Anwalt. Viele Jugendliche wünschen sich teure Sportschuhe. Es gibt auch immer wieder Kleidungsstücke von bestimmten Modemarken, die als besonders modisch und schick gelten. Wenn man cool sein will, sollte man unbedingt diese Marken tragen. Das ist aber eigentlich nur ein Spaß, denn die meisten Jugendlichen haben nicht genug Geld, um teure Sachen zu kaufen. Und die Eltern schenken ihnen vielleicht ein paar gute Sportschuhe, aber bestimmt keine französischen Markenjeans. Vor- und Nachteile und meine Meinung Nennen Sie die Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung. Geben Sie auch Beispiele. Folie 4 Brauchen Jugendliche Markenkleidung? Vor- und Nachteile und meine Meinung Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich in einem guten Anzug oder in einem eleganten Kostüm ziemlich selbstsicher fühlen kann. Das ist ein großer Vorteil, wenn man zu einem wichtigen Termin gehen muss. Bestimmt kann gute Kleidung einem Menschen helfen, bei einem Vorstellungsgespräch oder einer Prüfung ruhig und konzentriert zu bleiben. Allerdings gibt es auch teure Markenkleidung, die sehr schwierig zu tragen ist. Zum Beispiel sehr enge Röcke oder Schuhe, in denen man nicht gehen kann. Dann ist es natürlich ein Nachteil, diese Sachen zu tragen. Außerdem ist die Markenkleidung oft nur für kurze Zeit modern und man muss immer wieder viel Geld ausgeben. Ich denke, es ist am besten, wenn man Sachen kauft, in denen man sich gut fühlt. Das kann auch Markenkleidung sein, aber die Marke ist nicht so wichtig. Es soll gut aussehen und es muss aus gutem Material sein. Abschluss und Dank. Beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Folie 5 Brauchen jugendliche Markenkleidung? Abschluss und Dank. Also, ich meine, dass ich meine Sachen selbst aussuche. Ich will gute Qualität kaufen. Die Marke interessiert mich nicht so sehr. Das wollte ich Ihnen erklären. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Training zur Aufgabe 3 Über ein Thema sprechen 1. Nach der Präsentation zum Thema Brauchen jugendliche Markenkleidung? Nach Ihrer Präsentation Reagieren Sie auf die Rückmeldung und Fragen der Prüferinnen oder der Prüfer und der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners. Tipp 1 Beachten Sie, Ihre Gesprächspartnerin oder Ihren Gesprächspartner hat ein anderes Thema für die Präsentation. Tipp 2 Üben Sie diesen Prüfungsteil mit einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner. Tipp 3 Sie sollten zeigen, dass Sie Ihre Meinung gut vertreten können. Rückmeldung und Frage A Das war sehr interessant. Ich sehe, dass Sie Markenschuhe tragen. Ist das Zufall oder sind diese Schuhe besonders gut? Ihre Reaktion? Ja, bei Sportschuhen ist mir die Marke tatsächlich wichtig. Diese Schuhe habe ich gekauft, weil sie besonders bequem sind. Außerdem war es ein Sonderangebot. Rückmeldung und Frage B Finden Sie nicht, dass Markenkleidung schöner ist und gutes Aussehen ist doch wichtig, oder nicht? Ihre Reaktion? Ich glaube nicht, dass Markenkleidung wirklich immer schöner aussieht. Es ist natürlich richtig, dass gutes Aussehen wichtig ist, aber man kann auch in ganz normalen Sachen gut aussehen. Wahrscheinlich kommt es vor allem darauf an, dass man sich in der Kleidung wohlfühlt. Glauben Sie, dass Markenkleidung von besserer Qualität ist? Ihre Reaktion? Ich hoffe wirklich, dass Markenkleidung von sehr guter Qualität ist. Sie ist ja auch sehr teuer. Rückmeldung und Frage D Die Präsentation hat mir sehr gut gefallen. Sie sagen, dass Sie am liebsten sportliche, preiswerte Sachen tragen. Aber Sportmode kann auch sehr teuer sein. Was denken Sie darüber? Ihre Reaktion? Das stimmt, es gibt sehr teure Sportsachen, aber das sind meistens Artikel für besondere Situationen, zum Bergsteigen, für die Antarktis oder für den Marathonlauf. Wenn ich zum Beispiel eine Regenjacke kaufen will, dann suche ich die Sonderangebote und meistens finde ich interessante Sachen. Rückmeldung und Frage E Würden Sie zu einem wichtigen Termin, zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch, ein teures Kostüm oder einen teuren Anzug tragen? Ihre Reaktion? Das weiß ich nicht so genau. Ich würde mir bestimmt sehr genau überlegen, was ich anziehen will. Bei einer Bewerbung in einer Bank ist ein guter Anzug sicher wichtig. Wenn ich in einem Kindergarten arbeiten will, ist es aber ganz anders. Es kommt also auf die Situation an. Die Präsentation fand ich richtig gut. Sie wissen sehr viel über Kleidung und Mode. Arbeiten Sie vielleicht selbst auf diesem Gebiet oder ist es Ihr Hobby? Ihre Partnerin oder Ihr Partner hat sich negativ über Markenkleidung geäußert. Sie denken, dass gute und teure Kleidung in manchen Situationen sehr hilfreich sein kann. Das war interessant. Du hast gesagt, dass du niemals Markenkleidung kaufen würdest. Aber glaubst du nicht, dass es manchmal sehr nützlich sein kann, elegante und teure Kleidung zu tragen? C Die Präsentation war sehr kurz. Über die Situation im Heimatland wurde nichts gesagt. Sie wollen aber keine Kritik äußern. Dankeschön. Das war sehr interessant. Kannst du noch etwas darüber sagen, ob die Menschen in deinem Heimatland sich für Markenkleidung interessieren? D Ihre Partnerin oder Ihr Partner glaubt, dass billige Kleidung auf jeden Fall von schlechter Qualität ist und dass man das auch sofort erkennen kann. Sie sind anderer Meinung. Die Präsentation hat mir gut gefallen. Ich selbst glaube aber nicht, dass man den Unterschied von billiger und teurer Kleidung immer sehen kann. Woran wollen Sie denn einen billigen Pullover erkennen? E Sie haben von der Präsentation fast nichts verstanden. Das wollen Sie aber nicht sagen. Sie selbst interessieren sich sehr für Mode und Sie kaufen auch manchmal teure Sachen. Ja, danke für die Präsentation. Ich interessiere mich sehr für Mode. Wenn ich genug Geld habe, kaufe ich gern Markenkleidung. Tun Sie das auch? 幽 6 9 15 17 17 15 18